Ich bin ein Taxifahrer, bin immer unterwegs. Für euch da draußen, hallo Leute, hey wie geht's, wie steht's? Ich fahr für euch immer, meine Straße dann. Für euch da bin ich da, ein ganzes Leben lang. Ich hol euch ab, das Telefon, es klingelt manchmal hier. Da rufst du an, hallo Taxi-Bahn, bist du auch mal da für mich hier? Ich bin ein Taxifahrer, ich fahr die ganze Zeit. Ich bin für dich von Montag bis Freitag dann bereit. Ich bin ein Taxifahrer, ich warte schon auf dich. Bist du auch mal gefrustet hier? Hey Mann, da kann ich nichts. Und wenn der Taxifahrer, dann so wie ich dann bin, hey, dann freut es mich hier, dass ich für dich dann bin. Auch mal hier, auch mal da. Ja, ein Taxifahrer leben, das ist klar. Ist manchmal stressig und manchmal schön. Ja, ein Taxifahrer, der muss sehen, wie es weitergeht, wie es dann von Montag bis Freitag weitergehen kann. Ein Taxifahrer ist hier, er sitzt schon wieder hinterm Steuer, jetzt mal hier. Er wartet bis das Telefon, dann klingelt dann, dann ist der nächste Kunde dran. Ein Taxifahrer bleibt auch mal stehen, denn der Verkehr, der muss ja weitergehen. Ein Taxifahrer, ein Taxifahrer, er hat's im Leben manchmal gar nicht wunderbar. Er drückt auf die Hube, er gibt mal Gas. Weil der Kunde das so liebt und hat dabei auch Spaß. Ein Taxifahrer fährt schnell und der Kunde, der zahlt auch ganz schnell. Weil er nämlich dann an seinem Ziel dann ist und dankbar an dem Taxifahrer ist. Jawoll!